Also, er hält ein Burnout-Schild in der Hand, in der Hoffnung, dass irgendjemand bekloppt genug ist, seine Reifen zu vernichten. Shitcar-Counter. Willst du auch einen Strich machen hier für deinen Motorrad? Geil. Genau nach dem Scheiß suche ich, ja. Das ist gut. Das ist Musik. Boah. Ja. 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 Wie sie sich fort. Geil.